Jo Leute und willkommen zurück zu Astrobot. Das letzte Mal haben wir ja hier das Tentakel-System abgeschlossen. Mit einem richtig geilen God of War Level. Und jetzt Freunde, geht's zu der Schlangensternstraße. Und ins erste Level, Zeltluken-Casino. Jo, let's go. Ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Klar kennen wir das Level schon aus dem Trailer. Aber, ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ach du Scheiße, wie geil. Ist das geil. Ach du Scheiße. Okay. Ey, wie cool ist das, Freunde. Wie cool ist das, Mann. Da oben ist doch auch was. Da oben ist ein erster Bot. Ist die Frage, wie kommen wir da hin? Durch die Delfine, nicht wahr? Ja. Cool. Den ersten Bot haben wir gerettet. Juhu. Sehr cool. Gut. Dann wollen wir mal weiter. Dann wollen wir mal weiter. Ja. Wir sind unbedingt da mit mir drauf. Ich bin sehr gespannt, was wir. Ich bin sehr gut. Wir sehen uns hier. Okay, okay, okay. Okay. Okay, okay. Verdammt. Ah! Auch nur Gegner. Da ist ein Bot! Yay! Juhu! Nice. Cool. Sehr cool. Ahem. 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 Neee. Oh Gott. Ah, verdammt! Nein! Okay, das ist gar nicht mal so easy! Das ist gar nicht mal so easy! Verdammt! Nein! Das ist gar nicht mal so easy, ey! Jetzt! Schocker! Sehr nice! Das ist gar nicht mal so easy! Das ist gar nicht mal so easy! Nein! Scheiße! Das ist gar nicht mal so easy! Das ist gar nicht mal so easy! Das ist gar nicht mal so easy! Geht doch! Das ist gar nicht mal so easy! 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 Sehr schön! Nice! Nice! Cool! Sehr cool! Sehr cool! Ich bin sehr gespannt! 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 Ich bin sehr gespannt everytime Das ist ja Alter. Okay, alle Karten weg. Hm. Hier ist jetzt aber nichts mehr. Obwohl, warte mal. Da ist ein Puzzletail. Oh nein. Das Puzzletail haben wir. So, weg mit dir. So. Ey, wie cool. Oh, was? Was? Wir haben den Spezialwirt übersehen. Das geht ja mal gar nicht. Wo ist der? Wo ist der? Das geht ja mal gar nicht. Was? Wo ist der bitte? Da. Hier. Puschelschwanzdieb. Ein gerissener Meisterdieb. Ähm. Ich glaube, das müsste... Slay Raccoon sein, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Nie gespielt, Freunde. Nie gespielt. Nie gespielt. Nie gespielt. Zack. Nein. Nein. So. Was geht hier? Äh. Check. Würfler. Die Würfe sind gefallen. Mhm. Okay. Da waren Münzen. Jetzt spielt nur noch ein Puzzleteil. Und ein Spezial-Bot. Und dann haben wir's. Cool. Sehr cool. Sehr, sehr, sehr cool. Nice. Haben wir. So. 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 Sehr schön. So. 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 Das ist schon das Ende vom Level Na gut Aber alle Speziellboats haben wir gefunden, das ist gut Das ist gut Das ist gut Okay Kreislehrer Jetzt ist das wieder sowas wie wir es bei dem Drell Cutten Also auch wieder anspruchsvolle Level für uns erwarten Okay Magnetchaos Leinen los Rollrandale Und schwingende Schurken Gucken wir uns die Level noch an Und dann würde ich sagen Was ist das immer erstmal wieder fürs Erste mit Astro Bot Ja So ist jetzt der Plan So ist jetzt der Plan Zack 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 Oh Okay dann komm ich dir halt so dahin Zack 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 Weg mit dir, oh nein, scheiß Gegner, ich hätte es fast geschafft, das war scheiße, das war richtig scheiße, so, so, zack, zack, ach, komm schon, jawohl, ach du scheiße, komm schon, ey, so schwer kann das doch nicht sein, so schwer kann das doch echt nicht sein, zack, 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 nein, ich bin da rangekommen, ey, 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 ey Das ist die Gegner in Ruhe, sehr schön, jawoll, es geht doch, nice, legendärer Soldat, die gilt als Favoriter Big Bus zu werden, okay, gut, nächstes Level, Leinen los, ach du, ach du heilige Scheiße, okay, nein, 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 scheiße, oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen, weg mit dir, okay, let's go, scheiße, fuck, alter, weg mit dir, ach du Kacke, okay, kurz Pause, kurz Pause, kurz, ich hab's bis jetzt geschafft, let's go, weiter geht's, oh, nein, fuck, ich hätt's fast geschafft, Alter, aber so weit bin ich bis jetzt noch nicht gekommen, oh, nein, 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 oh, nicht runterfallen, weg mit dir, nein, scheiße, fuck, man, so, so, zack, 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 okay, das ist wieder geschafft, und jetzt geht's hier ab, jetzt geht's hier ab, nein, 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 nein so das wäre wieder geschafft jawohl jawohl nein so weit geschafft so weit geschafft und dann verkackt konzentrieren konzentrieren darüber jawohl komm weg mit dir das war es immer noch nicht ach du scheiße nein nein alter ja 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 neooo caps scheiße Ey, man Oh, vergiss dich Lass mich in Ruhe Lass mich einfach in Ruhe, du scheiß Gegner Weg mit dir So, weg mit dir Jawoll Es geht doch Millionen Metzler Nanomaschinen, Junge Keine Ahnung, wer das ist Alter Schwede So, rein ins nächste Level Schwingende Schurken Let's go Nein Direkt verkackt Alter Nein Schon wieder direkt verkackt Ey Nein Ey Jetzt will ich es auf Anhieb schaffen Nein Nein Schälter ist auf die Gegner So Weiter geht's Ach du Scheiße 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 Ja Mann Es ist geschafft Schüter der Menschheit Hat den verlorenen Shot erjagt Schüter der Menschheit Keine Ahnung Keine Ahnung Alter Verröter. So, letztes Level, Rollrandale. Let's go. Hä? Ach du heilige Scheiße. Wie soll man das denn jetzt schaffen? So. Geht mir direkt weggeschissen, Gegner. Nein. Fuck. Scheiße. Nein. Ei. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Ach du Kacke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab die anderen Level auch geschafft. dieses muss ich jetzt auch schaffen man kann doch nicht so schwer sein ich hab ich hab ich hab zu früh eingesetzt die blume alter so oh mein gott oh mein oh nein ich wollte mich noch retten aber das ging nicht mehr scheiße nein wie anspruchsvoll ist das jetzt hier man nein direkt am anfang verkackt alter schwede ey das kann nicht wahr sein man nein gut gerettet astro kurz abwarten nein man alter ja Vielleicht sollte ich einfach hier Und dann so machen Yes, es ist geschafft Ast der Lüfter Eine G-Kraft, mit der man rechnen muss Aha Okay, es ist geschafft, Freunde Alter Schwede Junge, Junge, Junge Auch diese Level sind erfolgreich geschafft Nice Richtig nice Gut Sehr schön Gut Okay Kurz mal ein paar Sachen holen Wir haben jetzt wieder genügend Cash Holes Versteck Ein Zuhause für alle möglichen Kreaturen Sogar Schlangen Es ist Metal Gear Oder? Ist es Metal Gear? Ja doch Überlebenswert Gibt ihr jederzeit Rückendeckung Yay, was für Ellie Juhu Eine packende Geschichte Über die kleinste Schwertkämpferin Jade Klinge und Geschichtenbuch Ohne neue Farbe Oberorange Stuhlspeeder Was für eine saftige Farbe Visitenkarte Kann einen Sinnesmanöbel wirken Okay Oh, das Das war's für Stray Da rechts Die, 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 die Kugel Das ist BD12 Oder? So hieß er doch Geil Cool Sehr cool Sehr, sehr cool Okay Hier haben wir Ellie Hier haben wir Ellie Und hier noch Gut, machen wir jetzt noch Wie süß Wie süß Okay Okay Freunde, ich würde sagen, die letzten beiden Level, also nicht die letzten beiden, die nächsten beiden, sorry, es ist einfach zu warm, Freunde, ich kann auch nicht mehr, die nächsten beiden Level gibt es beim nächsten Mal, Freiheit für Big Brother und Badehaus-Balkerei gibt es beim nächsten Mal, Freunde, ich würde sagen, hier ist erstmal Schluss mit Astrobot. Wenn euch der neue Part gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen, genauso wie ein Abo, aktiviert die Glocke, und nämlich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder zu Astrobot. Haut rein, Zockerboy, Game over. Ciao.